Zum Tagesgespräch bei Phönix begrüße ich sehr herzlich Ralf Stegner, den SPD-Landesvorsitzenden von Schleswig-Holstein und stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Grüße Sie herzlich. Schönen guten Morgen. Wie sehr außer Balance ist denn die Bevölkerung? Was sagen Sie dort oben im hohen Norden? Nun, man merkt, dass es eine große Verunsicherung gibt, gerade nach den Vorfällen in der Silvesternacht. Und man stellt ja fest, dass die Pig-Idioten und die Rechtspopulisten von der AfD das geradezu als Geschenk des Himmels empfinden, was sich da an schlimmen Vorkommnissen in Köln ereignet hat. Und das zeigt eben, dass es sehr wichtig ist, dass der Staat Handlungsfähigkeit beweist, sowohl was die Frage angeht der Integration der vielen Flüchtlinge, die zu uns kommen. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber eben auch, was den Schutz vor Kriminalität angeht. In beiderlei Hinsicht muss der Staat handlungsfähig sein. Und es ist eben wichtig, dass die Große Koalition das, was vereinbart ist, auch umsetzt, sodass nicht die Nutznießer davon am Ende AfD oder eben andere sind. Und mir scheint ganz besonders wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass 99 Prozent der Flüchtlinge, die zu uns kommen, die vor Krieg, Verfolgung, Elend flüchten, eben Schutz suchen bei uns und nur eine ganz kleine Minderheit kriminell wird, die allerdings muss dann auch mit der Konsequenz des Rechtsstaates behandelt werden, wie Deutsche auch, die gegen die Gesetze verstoßen. Ja, alle rufen nach mehr Polizei, unter anderem auch die Grünen, da wundert man sich. Wie ist es bei Ihnen? Rufen Sie auch nach mehr Polizei im Lande oder bemängeln Sie eventuell auch einen gewissen Mangel an, sagen wir mal, Rechtsdurchsetzung? Ich glaube, wir reden über beides. In der Tat waren in Köln wohl nicht genügend Polizeibeamte da. Wir kennen das ja auch in anderen Kontexten, manchmal beim Fußball, bei Hooligans, bei Rockern, dass wenn eine Mehrzahl alkoholisierter Täter da ist und nicht genügend Polizei, dass das nicht reicht. Ich finde das auch wichtiger, dass wir ausreichend Polizei haben, als dass ständig über Gesetzesverschärfung gesprochen wird. Und auf der anderen Seite muss der Rechtsstaat immer auch zeigen bei uns, dass er eben für alle gilt. Ein jeder ist vor dem Gesetz gleich und das ist wichtig, dass das durchgesetzt wird und übrigens auch nach unseren Maßstäben. Wir haben weder Schnellgerichte noch wird auf Zuruf irgendetwas entschieden, weil jemand verdächtigt wird. Sondern das passiert ordentlich in Deutschland, das ist auch notwendig. Das ist ein Teil der Stärke unserer Demokratie. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt auch ein paar Defizite und die Bürger sehen diese Defizite. Wenn in Paris ein Terrorist entdeckt wird, der mit fünf verschiedenen Identitäten durch verschiedene Flüchtlingslager gereist ist, ist es ein Hinweis darauf, dass das, was vereinbart ist in der Großen Koalition, nämlich dass wir Verbesserungen beim Datenaustausch, bei der Registrierung, bei den Verfahren haben, dass es vom Bundesinnenminister Herrn de Maizière sehr mangelhaft, um nicht zu sagen schlecht, umgesetzt worden ist. Das ist ein Problem, darum muss man sich kümmern. Sonst hat das andere Folgen für den Staat, die wir nicht wollen können. Sie sehen die Probleme im Bund, nicht in den Ländern. Ich sehe sie im Wesentlichen im Bund, weil nämlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig ist für die Flüchtlinge. Und wenn die teilweise acht, neun Monate warten müssen, um auch nur einen Anhörungstermin zu bekommen, in Holland geht sowas in zwei Wochen, dann darf man sich nicht wundern, wenn das, was nötig ist an Integration, nicht geschieht. Und was soll daran vernünftig sein, dass junge Männer über Monate in Flüchtlingsunterkünften sind, nicht wissen, was geschieht, nicht arbeiten können, nicht anders tun können. Das ist schon ein Problem, um das man sich wirklich kümmern muss. Ich glaube, dass ein Land wie Deutschland in der Lage ist, dieses zu lösen. Aber dazu müssen solche Dinge in Ordnung gebracht werden. Und ich wünschte mir einen Bundesinnenminister, der sich darauf konzentrierte und nicht jeden Tag einen neuen Vorschlag macht. Denn was soll die Bevölkerung eigentlich davon halten, wenn der Staat im Stundentakt neue Vorschläge unterbreitet, anstatt das Vereinbarte gemeinsam umzusetzen. Das ist sehr wichtig, zumal wir in Europa ja ziemlich alleingelassen werden, das muss man ja leider sagen. Europäische Solidarität ist nicht groß. Wir haben besorgniserregende Entwicklungen in Europa, gerade auf der rechten Seite. Und deswegen muss Deutschland das tun, was wir miteinander auch tun können. Sie tun gerade so, als wäre das nicht Ihr Koalitionspartner. Naja, manchmal kann man auch den Eindruck haben. Schauen Sie, die CSU kündigt heute wieder an, die Bundesregierung, an der sie selbst beteiligt ist, zu verklagen. Daran sehen Sie schon, der seriöse Teil in der Bundesregierung ist schon die SPD. Die kümmert sich um die Umsetzung von Dingen. Und nehmen Sie ein anderes Beispiel, die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Das hat die SPD, Herr Heiko Maas, im Sommer schon gefordert. Da war die Union noch dagegen, weil es auch deutsche Ehemänner betreffen könnte. Jetzt, wo das mit der Flüchtlingsfrage kombiniert wird, ist man auch dafür. Das ist im Ergebnis gut, aber das ist im Verfahren schlecht. Und deswegen sollten wir uns darum kümmern, dass es wichtig ist, dass gut regiert wird in Deutschland. Und nicht, dass wir die Dinge schleifen lassen. Wird auch gut regiert in den Bundesländern. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Es gibt ein bisschen deutliche Kritik. Und er ist keineswegs aus der Schusslinie. So liest man es bei den Kollegen der Presse, die es kommentieren. Bei dem Kollegen und Minister für Inneres in Nordrhein-Westfalen. Stützen Sie ihn auch, wie Hannelore Kraft es tut? Ich bin selbst mal Innenminister gewesen und ich weiß, wie schwierig das sein kann. Und dass man politisch verantwortlich gemacht wird, auch für Dinge, die operativ daneben gehen. Aber der Innenminister war ja nun nicht in Köln an dem Abend unmittelbar verantwortlich. Sondern da hat es Fehler offenkundig gegeben, auch in der Polizeiarbeit. Und vor allen Dingen auch in der Kommunikation. Und das darf nicht sein. Denn es ist völlig falsch, zum Beispiel solche Vorgänge zu bagatellisieren oder nicht drüber zu reden. Das ist genauso falsch, wie zu pauschalisieren und so zu tun, als ob die Flüchtlinge an sich gefährlich seien. Was sie natürlich nicht sind. Und das ist beides daneben gegangen in Köln. Das ist schlecht und das wird jetzt aufgeklärt. Und insofern unterstütze ich den Innenminister Ralf Jäger, der dieses Jahr genau versucht. Ist es auch falsch oder ist es gut, alles auf die Polizei zu schieben, den schwarzen Peter nach Köln zu schicken? Nicht auf die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die da vor Ort waren. Auf die darf man gar nichts schieben. Deren Job ist übrigens schwierig genug. Das waren nicht genügend Polizisten da. Aber die Polizeiführung in Köln, die offenbar angebotene Verstärkung nicht angenommen hat. Das hätte man tun müssen, als man sah, was da kommt. Aber was nützt, ist die Milch jetzt vergossen. Wichtig ist jetzt dafür zu sorgen, dass die Verfahren schnell stattfinden. Dass die Menschen verurteilt werden, die sich da schuldig gemacht haben. Und dass sich sowas nicht wiederholt. Denn Gewalt gegen Menschen, Gewalt gegen Frauen darf es in Deutschland nicht geben. Wir können keine rechtsfreien Räume dulden. Das ist Teil der Handlungsfähigkeit des Staates. Sonst gehen die Leute eben nach rechts. Suchen sich diejenigen aus, die mit den einfachen Antworten kommen. Pegidioten und andere. Und das können wir nicht wollen. Und das übrigens halte ich für die größte Gefahr, um die es auch bei den Wahlen im März geht. Wir haben ja drei Landtagswahlen im März. Dass sich die politische Rechte in Deutschland nicht wieder etablieren kann. Da muss aktiv was gegen geschehen. Und da sehe ich übrigens auch die Verantwortung bei unserem Koalitionspartner, bei den Konservativen. Die entweder in den Parolen Wette eifern mit der AfD, wie die CSU. Oder aber es billigen den Kauf nehmen, wie Frau Klöckner, indem man Symbolthemen in den Mittelpunkt stellt. Statt zu zeigen, dass wir gemeinschaftlich handeln. Und damit zeigen, es braucht keine Rechten in Deutschland. Wir wollen die nicht. Es ist in Europa alles schon schlimm genug. Na gut, aber daraus kann die SPD immer noch kein Kapital schlagen. Die Umfragekurse sind nicht so gut. Also die Ergebnisse, ganz kurze Antwort bitte. Glauben Sie, dass es aufwärts geht jetzt? Haben Sie ein Thema oder nicht? Ich glaube, die SPD muss sich um die Alltagsfragen der Menschen kümmern. Und natürlich haben wir Themen, da geht es um Familie, da geht es um Arbeit, um Gesundheit und Rente. Und es geht darum, dass wir das Land zusammenhalten. Dass wir zeigen, dass die Integration klappt. 50 Prozent der Flüchtlinge sind unter 25 Jahre. Das ist auch eine Chance für uns. Aber einfach ist es nicht. Und man darf nicht nur nach den Umfragen schielen und sich taktisch verhalten, sondern man muss das tun, was richtig ist. Die SPD versucht, dieses Land gut zu regieren. Bei der Union hapert das ein bisschen mehr. Momentan zeigt sich das noch nicht in den Umfragen. Die Union inszeniert sich ein bisschen besser, als wir das tun. Aber in der Substanz, glaube ich, sind wir stärker. Und ich hoffe, dass sich das auf Sicht durchsetzt. Der Parteikämpfer aus Schleswig-Holstein. Ralf Stegner von der SPD. Dankeschön nach Kiel. Sehr gerne.